Ja, nach der letzten Folge, nach der mysteriösen Folge, machen wir heute mal wieder ein normales Rennen, alles chillig, ja, ich weiß nicht, ob viele von euch das gefallen hat oder nicht, da ich ja gerade im Urlaub bin, und, ähm, also, während ich hier gerade sitze, bin ich natürlich noch hier, aber wenn diese Folge rauskommt, bin ich im Urlaub, und deswegen sollte irgendwas mit den Folgen natürlich fehlerhaft sein, oder die Planung falsch sein, und so, kann ich leider nichts daran erinnern, ach, das wird jetzt nicht passieren, während Dennis im Urlaub ist, kommen keine Folgen, ihr könnt gerne bei mir gucken. Ja, ich würde ja beim, beim Currywürstchen, beim Leno gucken, und beim Meiji Swimmy, und natürlich beim El Bronzo, und beim Bronzo, aber da gibt's die nicht, die vor allem. Ja, okay, was nehmen wir denn, ich weiß gar nicht, was das hier von drin ist, was nehmen wir denn, Liberator, okay, ne, komm, lass uns was ordentliches nehmen, oder? Bifta oder Sundress, kann man ja nicht, man muss das nehmen, ne, Dün, äh, Dünen Buggy, oder, gibt's da noch, ne, das ist nur, wenn du den gekauft hast, Leno, dann nimm den Liberator, kommt, okay, Liberator, ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung, was das für eine Strecke ist, da war nur ein Boot und eine fette Rampe zu sehen, ich dachte, das wäre eigentlich nicht. Ich dachte, wir machen jetzt Rennen mit Supersportwagen, und jetzt kommt sowas, ey. Äh, da können wir die Schuld, ja, ich bin schuld, das tut mir leid, Major, ich nehme die ganze Schuld auf mich. Jo, du bist, ohne Kontakt, warten wir erst mal, okay, das war vorher so eingestellt, dann, äh, können wir uns nicht rammen, dann fahren wir durcheinander durch. Ja, ja, aber warum? Ja, wow, ey, was habt ihr denn jetzt eingestellt, Alter? Weil man das wahrscheinlich sonst nicht schafft. Auf jeden Fall herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Jungen, ey, ist seine neue Folge, oh geil. Was hat denn für Kamera, Alter? Ach, liebe Jungen, jetzt. Warte mal, hä? Ach, wie geil. Ach so, ich wollte daneben drüber fahren. Einmal am Jörgens. Was war ich denn da? Wie geil ist das Rennen denn, Alter, bis jetzt? Ich wollte da vorbeifahren, Mann. Richtig scheiß, das Rennen. Na, geil. Wow. Mein Jungs. Wow. Alter, ich bin im Wasser. Alter, wie sich die Kamera immer ändert, Mann? Wo ist denn da hinten? Ach, hier, hier drüber, okay. Ich spiele Wasser, geil. Ach so, okay, zack. Fahrt nicht zu schnell. Ah! Da Curry ist mir auch passiert. Okay, gebaden Curry. Scheiße. Der hat mich geschubst, Lennis hat mich geschubst. Was? Was, Lennow? Alter, da können wir spielen wieder mit Conti. Alter. Und der Lennow wollte mit dem Buggy fahren, ey. Mann. Tschüss Major. Wow. Oh, wir hätten das eigentlich aber mit Kontakt machen müssen. Ja, das müssen wir gleich nochmal machen, ey. Ey, einmal reinstecken. Kannst du das kurz oder? Nein, komm, einmal mit Kontakt noch. Doch, das kannst du ändern. Oh, nicht noch eine Runde. Oh, ne, gut. Huah! Woah! Ha, 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 ha. Hi, Curry. Und... Woah! Ist klar, Mann. Woah! Sind so geil, dass die Monster Truck in GTA eingebaut haben, ey. Oh! Ah! Den gab es ja bei diesem Unabhängigkeits-Andre. Drehen, drehen, drehen! Wuppa! Boah, schau mal vor, jetzt wäre Kontakt an, Alter. Der Lennow würde uns rammeln, Mann. Und... Was? Hupsah! Schon wieder? Und da ist der Bronzer bist du, ne? Ja, ja, das stimmt. Ja komm, da müssen wir langen, da müssen wir langen. Ja, wer sich immer fragt, wo der Bronzer ist, haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Was ist das denn? Der Bronzer, der pennt gerade. Geil. Wir haben 15 Uhr oder sowas, der pennt immer noch. Aber der da oben rum muss wie ein... Hä? Woah! Hat einen Penner. Ah, Scheiße, Lennow, du hast voll Lack gehabt, ey. Oh! Ey, Mann! Woah! Was? Curry? Oh! Ey, was denn? Ey, was suchst du für eine Scheiße aus? Hä, wo lang? Ja, Entschuldigung! Hier, du musst hier vorbei. Hä? Wat? Oh, nee! Manchmal, manchmal ist die Strecke ein bisschen irreführen. Ja, manchmal. Wartet mal auf mich, Mann. Ach, da geht's hoch! Hupsal. Siehste? Woah, die Kamera! Yo! Die Kamera will mich voll verarschen. Das macht die voll extra, ne? Voll scheiße, Mann. Ich will den Curryram, Mann, der Lennow. Wartet auf mich. Ne, warum? Wir warten auf den Major. Hä? Alter, oh nee! Ich hab auch schon. Wartet nicht, ihr seid los. Hä, wo müssen wir denn langen? Ach, wir müssen da den... Hä, wo ist denn der Checkpoint, der andere? Wir müssen da... Auf der Boot, Leute! Oh, krass. Yo! Na Major, wir brauchen noch nicht auf dich warten. Du holst uns so einen, weil wir da... Ey, wie geil ist das denn? Scheiße. Oh, weißt du, was wir in Tummspringen gemacht haben? Ja! Woah, Curry, Alter. Wie lange ist das denn her, ey? Woah! Mua! Ey, das müssen wir eigentlich nochmal machen, ey. Chabos! Chabos ist doch nicht wie ein Wesen! Chabos ist doch nicht wie ein Wesen! Ist ja geil! Chabos, ey. Hat der Tobi auch dabei? Ja, und der Erik... Können wir Chabos sagen, die Bücher haben. Chabos, Chabos, Chabos! Chabos, Chabos! Oh, armer Curry. Sagt er so, yo, Curry, weißt du noch, ey? Weißt du noch? Und dann... Ja, ich war gar nicht dabei. Warte doch. YOLO! Joppa! Ach du Scheiße! Ey, was, Major will mich überholen, oder was? Hier steht... Ne! Wat ist dat denn? Ne, wat ist dat denn? Wat ist dat denn, damit er macht? Oh, guck mal, wat ist dat denn? Ja, weißt du, der fährt hoch und der hat jetzt gewonnen, Alter. Weißt du, ich bleib an der Kante hängen, so. Weißt du, das ist... Scheiße, doch. Ne, Major, ernsthaft? Du überholst mich jetzt noch? Major überholt mich jetzt noch? Letzter? Ne. Ne. Ich will nicht letzter sein. Wehe. Hau ab, Major. Hallo. Ne, der fährt da auch einfach so hoch. Ja, ist doch wohl einfach. Nein! Wieso wohl einfach? Ich bin ja auch gerade gefahren, aber da war eine Kante, man. Ja, ich bin auch hängen geblieben. Sauber. Nein! Sauber, Major. Ne, das fand ich jetzt scheiße, ne? Also, dass man da so betrogen wird jetzt, ne? Ich würd's mir nicht noch schaffen. Fahr, du blöde Trickskiste! Ja, easy. YOLO! Okay, das machen wir jetzt mal mit... Berühren nochmal. Mit Kontakt, bitte. Ja. Mama, GTA-Rennen, Alter! Was ist mit dir los, Georgi? Ja, ne, GTA-Rennen, dann explodiert wieder alles. Ja, noch mit Raketen! Dann springst du nur die ganzen Autos weg, dann kommst du gar nicht mehr weiter, ey. Was ist das denn, Alter? Was ist... Hä? Neno, was ist denn mit dir passiert, Mann? Wie siehst du denn aus, Alter, ey? Gefällt gut, ne? Äh... Was ist ein Drecksrennen? Komm, einmal noch. Einmal. Wir machen, wir machen nochmal. Gefällt... Was? Du hast Daumen runter gegeben. Wiederholung, Leute. Wiederholung, Leute. Wieder nochmal das machen da. Okay, aber denk dran. Mit Kontakt jetzt, ne? Major, kannst du eigentlich so reden wie so ein richtiger Assi? Nee, leider nicht. Hahaha. Major... Major... Alex, oder? Oah! Mütter Major, oder? Hahaha. Hahaha. Okay. Mit dem Curry hab ich wieder los. Dennis, du bist Horst. Denk dran, auf Standard einstellen, nicht vergessen. Oh, Dennis hat ja gesagt, du bist Horst. Curry, du kriegst erstmal... Oh nein. Wie, warum... Warum beleidigt immer so, ne? Das ist leid, Curry von mir. Auf deine Nase. Ja, wir können ja auch mal den Marshall nehmen. West Side Story. Ich hab nur Liberator. Was ist denn an dem anders? Da müssen wir den Libby nehmen, komm. Was ist denn an dem Marshall anders? Ihr seid mit Lilly verheiratet. Warte, setzt alle 10.000 auf mich. Okay. Wir hätten alle 10.000 auf Major. Wo ist der? Ich werd gewinnen. Ich hab 10.000 auf dich gesetzt. Ich hab einen Trick raus, wie man fährt, deswegen... Okay, wie denn? Sag ich nicht, sonst würde ich ja nicht gewinnen. Okay, Jungs. Ich freu mich. Was ist denn jetzt an? Haben wir jetzt alles an, oder was? Ja, mit Kontakt. Ja, da, 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 da. Und wenn dat Trömmel schee geht, dann stoppen wir auch parat. Mist, ich hab gar nicht... Oh nein. Wer dreht sich das schon? Ja, du hast dich schon gedreht, ey. Du hast mich versprügelt, man. Ich bin nur auf dir gelandet. Wow. Curry. Was willst du gehen? Nur Pummermann auspuffen. Nein, stopp, 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 stopp. Boah, boah. Was ist das denn? Der Curry, der schubst! Hey, ich hab dich gar nicht gerührt, Mann! Was bist du, du für ein Arsch? Hand in Hand! Hei, hei, hei! Hei! Wipsel! Oh, nice, ey! Ich will den runterhauen! Ey, du bist hinten reingefahren! Wir, Curry, ey! Nein! Ey! Ey! Ich will nicht auf dich da rumreiten, da! Ja, was? Yo! Nein! Der Liberator hat so ein schlechtes Handling, ne? Los geht! Aufzähl! Und jetzt seitlich drüber, hier! Vum! Woa! Ja, wir warten! Woa! Allianz wieder! Geh weg, Leno, Mann! Ey, Leno, auf mich zu schieben! Tschüss, Leno! Ich häng hier, nein! Ne, 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 ne! Duh! Was ist denn denn da? Nein! Alles gut, Leno! Ich gucke mal bitte den Auspuff! Wir sehen uns wieder, ey! Ha, ha, ha! Ich gucke mal ein küriges Füß, ey! Ne! Ne, das willst du nicht! Boah! Immer schön würzig, ne! Schmeckt nach Salz, ne! Wie ich nach jedem scheiß Sprung umkippe! Die schmecken nach Salz! Hörst du mal Dagi Bee fragen, die legt gerne Füße! Ey, 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 ey! Wer? Dagi Bee! Ey, Leno, Mann! Bist du Bee, ne, Leno? Ja! So ist das nämlich bei Kontakt! Wir sind mal mit einem Flugzeug geflogen, das hieß Dagi Bee! Was? Er weiß nicht mehr! Ne! Als ob! Da sind wir nach Hamburg geflogen, da stand auf dem Flugzeug drauf, Dagi Bee! Keine Ahnung, wo du irgendwo bist, aber ich bestimmt nicht! Ne, hast du wieder diese Tabletten da genommen? Ah, wo häng ich! Wo häng ich, Leno! Ich hab' da mitgemacht, du Horst! Oh, Lelo! Ja! Rückwärtsgang, Leno! Vergiss es! Tschüss, Leno! Ich bin ein fetter Flummiball! Tschüss, Leno! Und hüpfe hierher! Ja, ist klar, du Spacko, ey! Nein! Nein! Ich hab' auch verkackt, das gibt's nicht! Ey, was machen meine Fahnen, ey! Okay! Drehen sich die ganze Zeit wie sonst was! Ich bin irgendwo im Nirgendwo! Hier fällt ein Baumstamm runter! Ja, das ist normal, das muss so! Okay! Weiter, man! Das ist ein Baumstammkodex! So, jetzt ganz! Langsam! Jawoll! Hör mal! Hallo, Major! Ey, der Major dreht mich! Ey, Major! Jawoll! Hör mal! Ey, PN! Was machst du da? PN! Major, PN, sagt der! YOLO! Oh, Alter, Major! Kein Streit da, bitte! Ja, weißt du, und Leno kommt und... Ich möchte keinen Streit haben! Danke, Leno, man! Du bist ein Buddy! Danke, dass du mich hier rausgekriegst! Boah! Ich hab dich nicht... Leno, was machst du denn? Was machst du denn? Tschüss, Leno! Da, 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 da! Kann mir mal jemand erklären, was da grad passiert ist? Nein! Du hast wie so ein Kreisel gedreht, Mann! Ja, das hat auf einmal aufgehört! Ey, ey! Ey, ey! Boah! Ich seh den nur, wie er da aufm Fenster guckt, ey! Vergiss es! Vergiss es! Wir beide fahren noch nichts mehr! Wir beide fahren da jetzt rein! Guck mal mit, Bruder! Der Brunzel will sagen, guck mal mit, war mal, Bruder! Nein, hau den runter! Jawoll! Hey, jawoll! Das verlierst! Leno oder ich? Das ist Duelle, Duelle! Wo fährst du hin, Leno? Ja? Ey, was machst du denn? Ey, der Brake, den macht er so zu gut! Komm, 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 Leno! Breakdance! Nein! Doch! Doch! Breakdance! Nee! Ne! Ach, der hat's! Hä? Ding! Hey, was war das denn jetzt?! Hä? Ich wollte nochmal runterkicken, halt jetzt klick! Komm, wir machen das nochmal, das war so lustig! Oh, nochmal?! Jetzt reichts doch nochmal! Komm, alle guten Diggys sind rein! Das ist so ein Dreck! Super Sport Auto! Super Sport Auto! Das kann man leider nicht ändern! Das kann man leider nicht ändern! Aber wie willst du denn mit einem Super Sport Auto über ein Auto fahren? Ja, andere Karte! Dann machen wir die nächste Frage. Komm, wir machen nur einmal das hier. Ah, ich geh. Ah, schön. Major, ich hab 10.000 auf dich gewettet. Was ist da los? Ja, ich auch. Ey, wir haben zu wenig gewettet, Leute. Ich hab verloren wegen Leno. Das wurde nicht platziert, die Wette. Die Wiederholung, komm. Ach nee, komm. Oh, ist doch echt Dreck. Let's go, komm. Tour des Santos müssen wir beim nächsten Mal mal fahren. Jo, komm. Ja, ist doch. Mach GTA. Nein, echt GTA, Ren, oder was? Okay. Mit Raketen, Mann. Die Explosion. Die Explosion. Die Explosion. Können wir Allianz machen. Oh nein, ey. Okay, los geht's, go. Ja, wenn ihr diesen Job spielen wollt, ihr seht ja wie der heißt. Lazy Pirate Day. Wer will denn sowas spielen? Oh, der arme Bronzer, der verpasst das nicht gerade. Vor allem ist er auch noch mein Pirate nicht dabei. Haben wir schon mal ein Pirate-Ding und der ist nicht dabei, ne? Ich weiß nicht mehr, was der mit Pirate zu tun haben soll hier. Ich weiß auch nicht, was der Bronzer mit Pirate zu tun hat. Ja, was das mit Pirate zu tun hat, weiß ich auch nicht, ohne Witz. I'm sure. Liberator hat die jetzt. I'm sure. Vielleicht wann wir über ein Schiff fahren? Wow. Das wird's wohl sein. Yo. Alter, hört ihr das? Was ist das denn? Der Tobi hat wieder Hunger. Hey, was ist das denn, Mann? War das jetzt das Radio, oder was? Ich weiß nicht, bei mir läuft ein Reggie-Mucke, ey. Ja, bei mir auch. Und er war davor dann so. Okay, Mann. Let's get ready to rumble. In einem GT. Habt ihr auf mich gewertet, Leute? Ja, hab ich nicht. Nö. Du bist eine Enttäuschung, welcher gewesen. Gar nicht. Der hat doch hier gar keine Items platziert, oder nicht? Die muss man doch selber platzieren, oder? Muss man die platzieren? Oh. Ja gut, dann kannst du das eh knicken. Aber wir können ballern. Immer springe ich auf diese Kampfreiche scheiß Spawn-Up, Mann. Der Curry spielt 100 Pro mit Controller. Hab ich recht? Ich verstehe immer noch nicht, was das Problem ist, ey. Ja, weil du dann das Ding besser steuern kannst. Guck mal, du musst hier mit... Ja, ist doch nicht verboten. Mit 5 und 1, ja, das stimmt. Dann kommt die Aussage, dann kommt die Aussage. Ich kaufe mir das für'n PC, ne? TÜß! Ey, hau ab! Du musst wenden, Curry, Mann. Mach mal chillen da. Wenden, oder? Was hast du denn gesagt? Alter Leno, du bist so ein Penner. Ich hab nichts gemacht. Nein! Der Leno hat mich behindert. Was? War einfach nur... Verstandesgemäß einfach nur die Strecke lang. Ich hab mich nicht einmal berührt. Ey, was willst du denn? Ey, was willst du denn? Ich konnte die Strecke nicht einschätzen. Ich konnte die Strecke nicht einschätzen. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Nein! Ey, was macht der denn? Ey, was macht der denn? Was willst du, Mann? Ich mach dir das. Was bist du denn, oder? Ey, ich seh nix. Ey, so ein Typ ist so geworden. Ey, jetzt halt doch mal auf, hier! Wir wollen! Was ist los mit dem Curry? Ja, ich hänge immer noch zwischen den LKWs. Vor allem sind die tausende Bracks von uns, ey. Oh mein Gott, Curry, wie schlecht du bist. Das ist total lustig. Was machst du da noch? Ich hatte die ganze Zeit Legs, Mann. Warum? Weiß ich nicht. Auch mit Controller verlierst du. Oh mein Gott, ey. Jo, Lenno, fliegt in mich rein. Jo. Du bist der Curry, ey. Was machst du da? Warum wartest du? Da knattert er extra den Curry, ey. Was machst du denn da, Alter? Na, voll daneben. Curry! Nein! Ich seh den denn das gar nicht. Die Fahrt endet hier, schlumpel! Komm her, Curry. Da bin ich! Boah, lass mich doch mal aussteigen, Mann! Curry! Baa! Alter! Oh Mann, ey. Hahaha! Ja, das war ne neue Folge GTA Online. Ne neue Folge GTA Online. Die Tasse ist auch dabei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von GTA, liebe Leute! Ciao! Ja, ey, der Major, zum Glück hab ich 100.000 gewettet. Na, der Major 100.000? Ne, man kann nur 10.000. Das kannst du ja gar nicht. Na du, ey. Was willst du denn da, Mann? Ja, bis zur nächsten Folge! Was ist weg? Warum rauf! Spaß? Wer blübt gleich in euer Gesicht! Ich will hier los, Mann! Ich komm hier los, Mann!